Alter, was hat denn dein Tankipie, was hat denn dein Tankipie gemacht? Das sah doch ganz sehr lustig aus. Ich komme so nach Hause und da rollt mir so ein Hühnchen entgegen und dann läuft dein Tankipie total aggro hinterher. Respawn die Res-Resources eigentlich. Ja. Aiden. Ah, du hast auch schon, ja, schon Gissen aufgestellt. I see, I see. Wir müssen jetzt auch eine Erkrank bauen. Auf meinem Game-Guide. Ah, ja, mhm, natürlich toll. I guess, ich könnt die ja direkt an die, I guess, die auf der anderen Seite. So. Fange 30 Parts und erhöhe dein Level. Well, I guess, I'm... Ja, eigentlich nur das Tutorial. Vielleicht kann ich das mal ausschreiben oder einfach morieren, I guess. Ich hole mir noch ein paar Schafe, I guess. I'm so sorry to wake you up. Tja, ah. Oh. Oh, I'm sorry. I'm just rolling away. I feel really rude now. Ich hab grad legit... Also anscheinend, wenn die Parts schlafen, dann kriegen die extra Damage. As I have discovered now. So. I immediately killed it, basically. Und hab's halt ausgenockt. Rustlos genockt. Und dann C war's? Nee. Ku? Oh no. Oh. Okay, dann schluss hat sich jetzt selber ausgenockt. Hä? Nein, kein Holz. Frick. He. Ich hab mir jetzt auch ein Kadiva gefangen. Wie? Oh, hier sind ganz viele Bären. Was ist denn das? Hier leuchtet sowas Grünes. Liffenwurm-Statuette. Okay. Wollen wir jetzt vielleicht mal Betten machen und die Nacht durchschlafen? Weil das ist ein bisschen nervig. Mit den... Mit der Kälte. Okay. Dann brauchen wir Wolle. Oh. Machen wir bitte dann Sachen in die Truhe rein. Dann kann ich die auch benutzen. Was denn? Zum Beispiel? Ja, Wolle zum Beispiel. Weil krieg ich Wolle denn? Ja, von den Schafen. Machst du denn? noch mal eins umnutzen und dann... Ich glaub, wenn du fängst, kriegst du mich nicht auch ein bisschen. Hallo. Hallo. warte kann ich denn die kann ich den sachen in die kiste packen ich habe ein bisschen wolle eine wolle es gibt genug betten für 6 betten ok na dann ja ok jetzt müssen wir erstmal fundamente bauen wir müssen erstmal fundamente verschalten dann technologien Holzbauset, I guess. Und dann mieses Bett. Oh, Stoffkleidung. Alarmglocke. Shit, oh. Also soll ich mir auch eins bauen? So. Haben wir zwei Häuschen? Ja. Alright. Äh. Mach ich mal eins hier, I guess. Im Wasserfall. How does that look? Ah, it looks good. Oh no, I didn't want to do that. Ah. Ah, jetzt hab ich schon wieder nicht mit Holz. Oh, Stoffleidung. Ich hab grad erst Legis reingelegt. Ja, ich geh mal Holz sammeln. Ja, das Bett kostet halt 20 Holz. Das ist frei. Oh, I can see the waterfall. Die haben das irgendwie gepatcht seit gestern. Ach so. Ja, das ist auf jeden Fall schlechter geworden. Ja, weil bei mir sind manche, manchmal steht da F. Und das hat manche Holz, aber so steht dann so, oh, hat die Beine fällt. Ah, okay. Ja, das ist ein Bug von Multiplayer. Immer wenn ich was fälle, dann fällt das Holz einfach nur vor meine Füße. Und dann krieg ich den Rettungsgriff wegen Ortsholz. Anstatt dass es einfach in mein Inventar geht. Dann krieg ich neu. Ah, ich muss noch Lambda. Okay, ich muss noch Sachen fangen. Okay. I guess I'm gonna... Sind die Chicken für irgendwas gut? Die Chikipi? Don't really look like they can do anything, but... Ouchie. Ah, hab eins gefangen. Extrem schwach und extrem lecker. Gehört zusammen mit Lambda zu den schwächsten Pals. Egal wie viel man sie jagt, irgendwie tauchen immer wieder neue auf. Okay. Well, speaking of which, you're done for. Tuck, tuck. Okay. Let's end up. Blumein. Okay, drei hab ich jetzt schon. Und hier sind ganz viele Bären. Hochgestuft. Oh, die leveln, die Viecher. Ja. Ich meine, ja, natürlich, die do. Aber, like... Weißt du jetzt, wüsst du jetzt nicht warum, wie die aufgelivellt sind. Ich liebe die Kativas, by the way. Die sind voll süß. Und sie können helfen beim Bauen. Ich liebe das. Ich mag die Schafe. Die helfen auch beim Bauen. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Ich finde hier keine mehr gerade tatsächlich. Flauschiger Schild, das ist eine Fähigkeit oder so. Ich sehe keinen Tooltip. Ich sehe keinen Tooltip. Du musst, äh... Oh, mein Gott. Ich benutze den dann wirklich als lebenden Schild. Holy freaking shit. Okay, let me try this. Helfende Pfote. Okay. Was haben die anderen? Eier legen? Ja, ich weiß, die anderen sind eher so passive Fähigkeiten. Okay. ʳ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann ich da noch was kochen? Ah ja! Grillte Beere? Okay, jetzt haben wir irgendwie zu lange. Oh, ich hab ein Ei bekommen! Upsi! Wie kann ich denn mehr Viecher im Lager haben? Na, dass die mehr helfen hier im Umkreis. Dann musst du das Ding abbreiten. Ah, okay. Lagerverbesserung, I guess. Was hat mich das gekostet? I don't even know. Ah, Futtertruck bauen und Strohbetten. Okay. Was ist der Futtertruck? Ja, ich hab in so einem Atmen, warte mal. Hab ich schon gesklappt, grad. Ja. Ich brauch die Sachen ja auch. Ach so. Also, wollen wir zwei doch nur einen machen? Ja, ich kann einfach das Ganze erst noch einen machen. Also ein bisschen was würde ich dir schonen geben. Zu behalten, aber... Hast du dein Vogel, dein Hühnchen umbenannt? Ja, ich hab auch den Einschicken, der hat die Fans pro Luft bekommen. Ach so, okay. Danke, B. Ich fang mal noch zwei Schafe, dann bin ich, glaube ich, mit der einen Quest. Oh, no. Oh, I'm so sorry. Oh, no. Oh, shit. Got it. Oh, ist knapp. Da muss knapp. Oh, man. War ja auch nur Englisch. Ähm... Wo ist denn noch eins? I don't see any. Oh, aber da ist so ein anderes Ding. Oh, Mann. Ich hab einmal zu viel gedrückt. Ah. Ike-Tier-Dier. Meinst du, ich schaff den schon? Nee, ne? Der ist Level 9. Ne. Oh, Foxparks. Die sehen ja süß aus. Hey, let me take a look at you. Renn dir vorhin weg. Gonna... Oh. Gonna get you. Got you. Oh, die haben viel Leben. Ouch. Wah. Oh, oh. Das ist eine zweite... Oh, oh. Oh, no. Ich hab keine Welle mehr. Hm. Oh, shit. Oh, da ist noch eine. Jetzt. Ah. Oh, no. Oh, frick. Der messed up. Der messed up big time. Ich versucht hab, einen von denen zu fangen, sehr low geworden bin, dann gesehen hab, dass ich gar keine Sphäre dabei hab, dann hab ich eine gefunden, bin zurückgerannt, hab verfehlt. Und jetzt lauf ich in meinem Leben. So, ja. Alter. Was hat denn dein Tanki-Pi... Was hat denn dein Tanki-Pi gemacht? So. Das sah doch ganz sehr lustig aus. Ich komm so nach Hause und da rollt mir so ein Hühnchen entgegen. Und dann läuft dein Tanki-Pi total aggro hinterher. Oh, okay. Bleiben die Viecher eigentlich low life? Also ich hab jetzt den einen angegriffen, der ist echt low life, aber ich hab ihn halt noch nicht gefangen. Keine Ahnung. Sieht voll hübsch aus, in der Base jetzt. Oh, das Hund macht voll viel Schaden, macht den Park. Okay, ich geh jetzt wieder raus und hol mir dieses... und hol mir dieses Fuchs-Ding. Oh. Jetzt ritt er von mir weg, okay. Okay, Mamora, das ist gruselig. Wo ist denn der jetzt, der, den ich bekämpft hatte? Ah, also die regnen tatsächlich zwar zwischen nicht anscheinend. Also zumindest nicht in der Zeit jetzt. Der ist immer noch ziemlich low life. Der ist immer noch ziemlich low life. Ja, 68. Oh, 80 Prozent. Komm schon. Komm schon. Yes. Got it. Ich war immer noch am Lambda, sehe ich gerade. Da ist es so lustig, die anderen zu fangen. Okay. Ouch. Oh my god. Oh no. Oh, sorry. What are we doing to these poor, poor animals? Ich hab gerade das Chicken von vorhin nochmal gefunden. The views are bad for them. They look so happy when they're on their own. Oh, I need- oh no! Oh boy. That was something, I guess. Oh no! Mein Kativa ist einfach zu stark. Alright, got it. Das war der fünfte. Alright. Der Holonaut muss uns jetzt leider auch verlassen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal alleine weiter. Mal gucken. Der kommt bestimmt nochmal wieder. Aber wer weiß wann. Oh, ich bin ganz hungrig. Hab ich nicht aufgepasst? Und jetzt... Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.